und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge an turn mit dabei ist heute der gute crispy sonst keiner weil der rest hatte keine zeit so wir haben kurz geparkt haben da hinten mal kurz geplündert war nicht wirklich spannend aber dahinten steht ein boss zu mir rum den wir uns aber leider noch nicht annehmen können und ja jetzt verfolgen wir mal unserem plan und fliegen mal in die militärbasis genau und dabei haben wir noch eine juri gefunden jetzt meine ist alle geilste erinnerung haben gegner team zu hatte lucky magic das war es sonst keiner wird mal wieder tanken ich weiß wenn wir nicht abhangen sonst sind wir gleich futsch ich glaube ich bin jetzt komplett da rein aber da hast du einen hubschrauberlande platz nein das ist doch gut nein am besten hier auf den berg da kann man das von da oben rausschieben naja erstmal ein bisschen leer fliegen was ist denn da für ein sturzbuch naja um runter zu kommen wenn ich das richtig seh ist dann zweiter also keiner den wir nutzen können naja das brennt da da haben wir doch nicht hier drin hab ich auch nicht vor ich wollte nur kurz die zombies ein bisschen weglucken was mit hier noch irre da haben wir eine einfahrt und da vorne ist einer dann lande ich mal hier auf der wiese das sei ist na gut die stehende kann man sich auch mit der kettensäge weg säbeln die brände auf den müssen wir auf jeden fall schießen ja ich habe einmal den jubi ausgepackt neun schuss das ziehe aus ich nehme mal als erstwaffe ich bin hier schon vor ja schon mal rein keine panik erst noch kurz ein brot so wenn ich noch einen schlafsack eventuell die haben wir doch alle ausgelegt ja ich habe ja keinen ich habe ja meinen wieder abgebaut äh und wo hast du ihn wieder hingesetzt nirgends doch der müsste glaube ich auch oben sein das ist egal liegt der noch oben also bei unserer quasi base kann man es nennen naja zackl ins lager das wir aufgeschlagen haben naja ja noch nicht auf alles schießen grüspi es sei denn es sind spezielle ich würde nur einmal schi- test schuss hehehe noch ein test schuss ok noch ein test schuss oh oh meins funktion damit wofür hier die klamotten mit dem und anziehen weil die müssten glaube ich größer sein da seht meine momentanhose hat 1 zu 3 mal 1 zu 3 4 ne ganz kurz meine sache nein die ist kleiner verdammt echt ist die kleiner ja also die polizei uniformhose ist das glaube ich oder polizehose ist größer aber egal wir können die sachen auf jeden fall zerkraften zu close weil dann kannst du dir dicks daraus herstellen ja ist ein genau schlafsack ja oder bandagen aber hier findest du hier müsstest du theoretisch so viel stoff finden vorsicht der kommt kleiner problem ist nur ich habe keinen platz mehr dafür also ich kann die nicht aufsammeln das ist nicht so gut ich kann doch glaube ich meine hose wechseln 1 2 3 4 6 mal 3 ne ist leider genauso und die haben genau dieselbe größe ja jetzt nochmal eine hier ist eine bulldog davon habe ich auch magazin oder nice bulldog geil nicht gut ich habe auch noch eine komische waffe für ein magazin ne dann meinte ich die weg ne die waffe ok doch kein spezielles magazin ich habe mal waffen getauscht jetzt habe ich eine kleinere waffe muss doch aufpassen vor hier den speziellen zombies welche sind hier irgendwo unsichtbarer ich weiß nicht warum die unsichtbaren sind einer der ersten wie sie sind oh ne handgranate ein granulat bar und eine alter schwede ne hundertprozentige kartoffel ist ja der hammer perfekt ja ich bräuchte was zu trinken äh ich könnte dir noch nen Apfelsaft anbieten ne flasche wasser war nicht gut oh das war nicht gut ja hab ich gesehen aber der brenner hat es nicht mitbekommen ähm ähm du brauchst was zu trinken gelle smoke du brauchst was zu trinken ja 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 so nicht da reinwerfen das tauschen überall nachguckt ja ja das wir uns in der Gegend da liegt ein munitionspack da war ich schon da liegt munition da war ich schon ne das konnte ich nicht mehr aufsameln he 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 nein ich konnte die nicht mehr aufsameln so als verteidigung he 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 na hier liegt ein XRZRK davon will ich gern das magazin mit Schuss oh es ist 11 Schuss drinnen Nice! Wieso? Raspi? Oh oh! Hilfe! Weißt du mal die ganze Rauchgranate nicht hier durch die Gegend geworfen? Ey... Alter Schwede, waren das viele Brände! Ja, ich weiß, ich hab einen aus dem Sehen getötet und dann... Warum waren das auf einmal so viele? Echt, vermehren die sich? Jaja, die vermehren sich! Pass auf! Ist ja cool! Cool! Super! Ist ja cool! Ist ja mega cool! Machst du hier schon in dem Turm drin? Ne, ich war noch in keinem Turm! So, weil in dem anderen da hab ich Essen gefunden! Und da stand ein Kühlschrank drin! Ist nochmal ne Juri! Ist ja mal praktisch! Aber denk dran, also bald die bessere und nutzt Magazine! Ja, das hatte ich auch vor! Sag's nur lieber nochmal! Aleop! Hm, wie funktionieren jetzt diese Magazine? Versteh ich immer noch nicht! Ne, du musst die Waffe in die Hand nehmen und dann T drücken! Ne, ich meine ähm... Mit diesen Munitionskisten da... Achso, das musst du bei Craften machen! Irgendwie, wo geht's grad ein bisschen! Ich hab auch selber bei mir! Also seh... Ah, schade! Ja, für die Sniper Skype brauch ich die! So! Und für die Christen eben! Ne, die Christen brauch ich die Weißen! Aber für die Sniper Skype auch richtig! So! 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 Der haut raus! Boah! Aus Versehen gedrückt! Tut mir leid! Aber ich hab jetzt 14 Schuss für die Waffe und für die andere noch! Hast du hier oben? Hast du den Zombie angelockt? Der kommt grad zu dir hoch! Ja, hab ich schon gespürt! Hab ich schon gespürt! Der hat gebissen! Hast du... Achso... Du bist grad auch... Guck! Hast du um Nachzug? Warst du hier schon oben? Nee, war ich nicht! Da war's... Also ist alles leer! Da kommt der Mann schon vor! Guck! Schmaug! Kann man gebrauchen vielleicht! Wenn man mal Gegner ärgern möchte, nochmal eine... Ja, die Kleinen sind immer noch am nervigsten! Aber hier können wir gleich tanken! Also irgendwie ist die Militärbasis nicht so groß wie ich dachte! Oh, es ist ein unsichtbarer! Äh! Ja! Äh! Ah, Kampfwaffe! Oh, der ist hier voll! Dicke Deutscht! Ich hab keinen mehr aufgerüstet! War ja peinlich! Ja, das Problem war die vorhin auch kurz! Hab ich aber wieder meine! So, mal schön in die Schränke reingucken! Bei denen muss man das nicht hier am Gitter! Nein! Fuck! Ja! Dicke mit dir! Gehst du auch mal da hinten hinter den Pappfiguren nachschauen? Ja, mach ich! Äh, was rumliegt... Okay... Nichts! Warte, schade! Hast du schon einen Schlafsack oder soll ich dir anbauen? Äh, ne, ich hab keinen! Ich hab... Dann baue ich dir mal schnell ein! Weil ich hier am Verblöfen war! Ja, weil ich hab grad genug Lauf! Hier einherzustellen! Ich muss nur kurz gucken, wo der ist! Dann... Äh, ne, das ist ne Couch! Der ist ne Schlafsack! Ah, nen weißen! Naja, egal! Dicke hat nen weißen Schlafsack! Leider keine Farbe! Ja! Aber wir sind nehm ich! Dann setz dich gleich mal irgendwo hin! Nicht hier! Nicht hier! Gehn ja gleich wieder! Also machen auf jeden Fall beim Ausgang! Obwohl hier vorne ist auch! Weil ich hab gleich vorhin Hubschraube hier vorzuholen und dann hier aufzutanken! So, ich mach jetzt hier mal richtig viel... Kleidung! Auf jeden Fall! Weil er sagt Stoff! Was war das hier? Magazin! Wir müssen danach auf jeden Fall mal weiter... Also ne kleine Basis errichten! Weil wir brauchen echt mehr Essen und Trinken! Dass wir da mal ein bisschen mehr abgesichert sind! Das war auf jeden Fall mal ne Apotheke! Weil ich glaub, wenn wir jetzt Wasser nur so mitnehmen, kriegen wir ja nur verseuchtes Wasser! Wie die Schüsse hier vorbeifliegen! Ich hab ja ne Waffe! Die ist ja recht schön! Aber... Naja! Guck mal! Ich hab visiert! Ich hab... Äh... Wir waren die Zombies! Ich hab so ungefähr in deiner Richtung visiert! Schau mal wo ein Schuss hingegangen ist! Naja! Okay! Woah! Schön! So! Dann sind wir ja eigentlich durch! Bei irgendwie in einer sehr lasche Ausbeute! Ja! Viele Waffen aber... Waaah! Naja! Ich bin nicht Munition! Oh! Mal wieder bei U gucken! Ich hab wieder 113 Skill Points! Äh, XP! Nicht Skill Points! Sehen ein bisschen gruselig aus! Schau mal! Kurz! So mit dieser Power! Ist da auf jeden Fall... Dann tut noch ne Mal erweitern... Agrar-Akultur... Agro-Akultur? Mit dieser Gas-Maske noch so? Oh siehs okay aus! Ja bei mir fällt das halt nicht so auf... Wegen meinem Skin! Ich mein normal... Guck mal, so seh ich auch aus! Du hast ja noch... Ach ne! Nee, du hast doch gar keine Weste. Brauchst du auf jeden Fall noch, weil dann hast du mehr Schlauerei. Nee, ich hab noch keinen Rucksack, ich hab auch noch keinen Rucksack. Ich hab hier sowas hier, Granaten. Äh, Smokes mein ich. Ah, naja. Fliegen wir alles noch irgendwie hin. Ich glaub, Rucksack selber zu bauen lohnt sich ja nicht. Hier steigst du ein, fliegen wir kurz rein. Ach so, da ist der Helikopter. Würde woanders hin drin. Nee, ich will nur... Ach so, war jetzt auf die andere Seite. Das hat er auch schon vergessen, wo wir geparkt haben. Merkt mir sowas nicht. Wer da? Bin bereit. So. Rum, rum, rum. Komm, die sind ja jetzt nicht schon wieder zu viele Zombies, die wir spornt. Das ist vielleicht auf jeden Fall vorbei. Oh oh. Spucker. Ja. Das ist super. Da hast du gespawnt. Da hast du ja gerade den Dicken gehört. Äh. Pass auf. Boss. Boss. Oh. Nicht schießen, nicht schießen. Ja. Wie kriegen wir dann den da weg? Warte, warte. Weglocken, weglocken. Komm mit. Wir laufen weiter weg, dass der Entschluss nicht hört. Einfach laufen, einfach laufen. Ja, ja. Du kannst vielleicht nicht irgendwo reinrennen. Auf gar keinen Fall jetzt auf den Boss schießen. Okay. Ich bin auf jeden Fall nicht auf den Boss. Ich tank mal. Ein Katana wäre jetzt gut. Warum? Ja, weil so ein Katana recht gut ist. Mh. Ja, stimmt. Wenn wir den töten, das bringt ja nichts. Dann bekommen wir nur ein paar Items. Gute. Wollen wir jetzt halt, ob sich die Items lohnen. Ähm. Ich weiß nur, dass das, ähm. Mindestens Munitionskästen sind das glaube ich auch nur. Was? Ach Kollege. Ach, das war schon mal gespawnt. Ich dachte grad schon. Nimm mal ein Knife mit. Ich weiß ja. Ich hab noch so ein Besser, aber ich brauch's nicht. Ja, weil die schon wieder ein neues spawnen. Steig ein. Voll. Ah. Äh. Gasmaske hast du auf? Ja. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal dahin, wo die nicht hinkommen. Ah. In Silo. In Silo. In Silo 22 versäuchte ich Gebiet. Wir müssen halt nur darauf achten, wie lang unsere Bilder halten. Ah Mann, ich fliege so weit nach oben, man schaut nach vorne. Deswegen fliege ich halt nur die ganze Zeit jetzt über Kopf. Wenn ich wieder nach oben komm. Ich glaube, ich habe irgendwie Probleme gerade mit dem Server. Warum? Oh, wurde gerade rausgehauen. Echt, hat sich rausgehauen? Ja. Na super. Ich bin sehr schnell. Wie geht's jetzt? Problem ist, du bist wahrscheinlich irgendwo in der Luft zu bohren. Ja, aber ich habe noch nicht meinen Schlafsack für ihn gesetzt. Die Moskau verliert echt schnell und wir sind noch nicht mehr anlehrt bei dem Siedlung. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, ich sponne. Oh, ich bin tot. Ne, ich habe nicht mehr gesehen. Ja gut, den Fall sollte man theoretisch, glaube ich, überlegen. Frage ist, wo bist du gelandet? Warte mal kurz auf der Karte gucken, du bist... Ach, du bist doch einer! Und? Was? Du bist denn noch bei der Militärbasis? Na ja, was soll's. Will ich sagen, hole ich dich gleich mal ab. Okay, ich muss mich am Skatzen nicht versorgen. Jo. Hast du Splint, also Bandit, weil ich glaube, du blutest wahrscheinlich. Ich blute, ich habe alles gebrochen, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich werde nichts festen mehr. Na gut, dann, ich glaube, die Spezialzone hier sind wir noch nicht ausgerüstet genug. Also, was gegen Radioaktivität hilft. Echt? Okay, bist du vielleicht noch zur Rüstung brauchen? Na Theo, ne, ne, in der Rüstung liegt es nicht, die Maske an sich reicht. Also, sollte reichen. Boah, ich muss noch mehr, hast du noch mehr Bandagen oder so und essen? Boah, ich habe noch Wasser. Ich fahre Hunger hier. Oh, ne, essen habe ich leider auch nicht mehr viel. Kommst du ja? Ja. Äh, ja, ich kann nur noch, äh, viel Leben, was hast du noch? Ähm, achso, ich habe, äh, 60. 60. Gut, das sollte, glaube ich, reichen. Wenn du noch einen hättest, dann könnte ich, also wenn dann irgendwas nochmal passiert, dann könnte ich mich direkt wieder stoppen. Ich habe hier selber auch nichts mehr. Oh, ja, schön. Du hast vorhin nicht so viel hergestellt. Also, du musst dir mal bitte daran denken bei einem Bandagen und darfst dich halt alle auf einmal verwenden. Ja gut, ich musste jetzt gerade alle verwenden. Ja. So, okay, ich habe jetzt noch was gemacht. Äh, flieg mal lieber nicht. Ich will jetzt fliegen, würde ich sagen. Fliegen wir mal kurz in Richtung Race. Das Gebiet hier oben. Okay, wir bräuchten was gegen Essen. Äh, gegen Hunger. Ja, deswegen fliegen wir zur Base. Weil ich habe den Agrarskill ja ein bisschen hoch gemacht, also den, äh, für den Ackerbau. Und da hinten dann gleich bei der Ernte müsste ich, äh, ordentlich was rauskriegen. Und da hinten dann noch etwas rauskriegen. Und da hinten dann. Und da hinten dann hier kann ich gucken. Ich bin eben nicht so ein bisschen hochger..? Ah, das ist jetzt nicht. Ja, ja. Ja, ja... Ja... Du bist jetzt nicht... Ja... Ja, ja. Ja, ja. Nee, wir stehen nicht! Kann nur sein, dass du eine schlechte Verbindung hast und so ausst открыt. Ich weiß nicht, heute willst du irgendwie nicht so. Wir würden schon wieder raus geflogen. Und wieder? Japp. Aaaah noooo Oh, die Lücke haben ja Bandagen gemacht. Aussperre. Und ich muss jetzt wieder auf einen Baum zu steuern. Warum auf den Baum? Damit ich wenig Schaden bekomme Ich mach dir nix an weniger Schaden Ja Klapp mal den Helikopter kurz hier Naja Dann bist du wieder da oben gelandet Hui Na ja gut Dann würde ich sagen wir unterküssten wir auf jeden Fall am Anfang der nächsten Folge